Tag Leute, ey! Ich bin gerade von der Dom-Dom-Artistik, weißt du? Wo ich ein bisschen den Leuten zeigen kann, wie Sidekicks gehen oder Flick-Flack-Overdeck. Ich zeig das denen da drin, weißt du? Das sind viele junge Pisser, ein bisschen ältere. Und ich bring das denen bei, weil ich will Actionstar werden. Ich hab gedacht, wie kriegst du Kohle ein bisschen. Um das zu verdienen, machst du ein paar Sidekicks, weißt du? Und bringst es den Kindern bei. Weißt du was ich meine? Ey, pass mal auf! Du Pisser! Hab ich mich erschreckt gerade, ey! Ich hab gedacht, was überfährt der mich oder was? Hammer! Fahr weiter, du Pisser, ey! Du sollst sagen, wie hast du Pisser. Du hast gefahren, fasst die Knie am Arsch, weißt du? Auf jeden Fall, ich zeig dir ein bisschen Sidekicks. Und Kindern kannst du ein bisschen mental helfen, weißt du? Besser. Du hast du Pisser.